Jo Leute und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge von Minecraft Captive Und ja, heute ohne den Hados HD, weil keine Ahnung was er jetzt wieder hat Ja, er hatte irgendwie keine Lust mehr aufzunehmen, weil es irgendwie zu spät war oder so, keine Ahnung Deswegen nehme ich jetzt die Captive-Folge alleine auf, weil ich brauche eine Captive-Folge, sonst werde ich nicht mehr pünktlich rausgekommen Und deswegen nehme ich das einfach alleine auf, da können wir diese Folge irgendwie mal ein bisschen farm gehen oder so versuchen Übrigens, ich wundere, warum hier das Portal steht, wir haben eine letzte Folge, die ich eigentlich aufgenommen habe, war ein bisschen fail Deswegen wurde die abgebrochen und jetzt hier mal ein paar kleine Ausschnitte, was wir denn zur letzten Folge alles gemacht haben Wir haben Obsidian gefahren, ein Portal gebaut, eine Erfolge geschafft, Diamanten haben wir gefunden Die seht ihr hier, was ist? Hier, Diamanten haben wir gefunden, haben natürlich dann ja auch gleich direkt die Erfolge gemacht hier Wir hoffen Diamanten zum Spielen und alles sowas Aber jetzt hier erstmal ein paar kleine Ausschnitte vom letzten Mal Viel Spaß! Bye! so nach den kleinen ausschnitten geht es jetzt eigentlich weiter lasst uns mal hier auch herr haben diese frame abbrüche ein 30 fps mit dem texte pack also das textwerk jetzt raus tut mir leid leute aber ich glaube der version kann man nicht so mit texte pack spieler so hellmann hat ja so wenig fps mit der version mit dieser 14w dingsbums p gut was wir jetzt diese folge machen ja genau fahren gehen jetzt mal runter gehen und gucken was wir denn also mit erfolgen können wir nicht viel machen glaube ich erfolge wenn ein buch obsidian und diamanten buch dafür brauchen euch vollidiot brauchen wir zuckerrohr und zuckerrohr war irgendwo da unten das weiß ich noch ganz genau sie sind eigentlich hier drin hä zuckerrohr ist irgendwo unten gewesen irgendwo und war zuckerrohr scheiße war das haben wir nicht papier scheiße irgendwo war zuckerrohr das weiß ich sowas von ganz genau oder hatten wir das nicht schon ich weiß auf jeden fall dass da unten zuckerrohr war aber wenn wir da jetzt schon rankommen ist die eine frage werden gleich mal gucken gehen ich guck erstmal oben in die kiste ich finde es jetzt auch nicht weiter schlimm dass die kämpfe folge jetzt halt alleine mal ist weil da können wir mal ein bisschen fahren und so ich meine wenn artist nicht aufnehmen will dann will er halt nicht aufnehmen ich brauche eine kämpfe folge deswegen nehme ich auch auf so deswegen gehen wir jetzt hier runter und aber kommen die ganzen monster ja hey lol ach wo einfach die ganzen monster kommen alle nervt mich jetzt nicht halt jetzt bauen ja über viele monster was geht denn hier ab was geht denn hier ab alter alter ich habe beinah gestorben wegen den ganzen äh monstern also noch viele monster ne leute wir machen das so ich gebe das gucken ob da unten äh das zuckerrohr ist und dann gehe ich wieder hoch weil guck mal ja ich werde schlager gestorben ich werde schlager gestorben ich will eigentlich bloß gucken ob das zuckerrohr da unten ist mehr will ich ja gar nicht das war der falsche weg ich weiß wo ich hin muss hey leute sowas regt mich immer auf ja na klar da steht einfach mal eine hexe ne eine hexe kannst du so gut wie gar nicht bezwingen ey das sind ja richtig abgefuckte viecher hey wo ging es denn da runter sie sind eben gegangen hey wieso kommt jetzt hier minecraft musik die habe ich nicht eingestellt ach stelle ich mal wie man da runter kommt zu diesem tunnel hey das war doch hier runter ne ich will zu diesem tunnel da oder war es hier runter hier runter bin ich ja gegangen hey geh mal weg jetzt hier oh man meine fresse es waren halt so viele monster dass du gar nicht mehr weißt wo du lang gehen sollst was macht das schaf hier unten wir haben so dumme gänge hier gebaut aber gar nicht mehr weiß ja wir müssen noch weiter runter sorry die sind einbestimmt ja hier gut ich bin doch richtig ja genau hier hier war irgendwo zuckerrohr das weiß ich ganz genau das weiß ich sowas von genau dass ich gar nicht mehr weiß was hier genau ist überhaupt oh man oh wie ich diese hüllen hasse einfach na sorry dass ich jetzt hier im gamer spiele ich will ja eigentlich bloß die voll gucken ob hier das zuckerrohr ist und da habe ich euch die news gezeigt vom letzten mal wo dann nichts passiert ist aber wo war denn das ihr könnt sicher gehen dass ich euch nicht anlüge hier war zuckerrohr das habt ihr selbst in der in aufnahme gesehen oder hä wo war denn das wo war denn das wo war denn der gang wo wir da zum ersten mal runter gegangen sind wo war der gang da ist eine kiste wo war denn dieser gang meine fresse wo war denn dieser gang meine fresse war der noch weiter unten da 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 perfekt wir kommen an zuckerrohr ran ich hab's gewusst ich hab's gewusst ich hab's im innersten hab ich hab ich's geahnt dass wir in zuckerrohr rankommen nice da holen wir jetzt zuckerrohr er fliegen nach oben nice 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 für die die jetzt denken oh game mode erstens ich nehme alleine auf das ist bloß jetzt so eine farm so eine farmaufnahme wo ich jetzt bloß mal ein bisschen hier farme für die nächste folge also ich besorge jetzt bloß das zuckerrohr hier weil ich wusste dass das zuckerrohr ist für die nächste folge wenn ich mit alles wieder aufnehme dass wir dann die erfolge weiter machen können also ich will jetzt hier eigentlich keinen erfolg weiter machen obwohl ich das schon machen könnte also ne könnt schon nicht ich müsste erstmal aber wir brauchen noch mehr zuckerrohr für so Bücher und so deswegen können wir das schon mal anpflanzen zuckerrohr wächst ja hier scheiße ach ich bin im game mode game mode 0 und das werfen wir irgendwo hin wo es keiner mehr findet am besten hier runter weil wir wollen dann schummeln wir haben noch ein zuckerrohr und so bleibt das natürlich auch ne genau so das muss jetzt erstmal anfangen wie hilft da eigentlich Knochenmehl wisst ihr das das hilft da gar nichts scheiße ne da müssen wir jetzt warten das war es dann auch schon für die Aufnahmen Leute wie gesagt es war bloß eine ganz kurze Runde weil ich euch erstmal die Ausschnitte zeigen wollte wie wir das Höllenportal und so geholt haben mit den Obsidian und dann habt ihr jetzt noch das hier gesehen wo ich es zuckerrohr geholt habe dass wir nächste Folge wieder loslegen können also für die sich jetzt auf Captain gefreut habt tut mir leid dass es so eine langweilige Folge ist die war und so eine schnelle Folge aber damit ihr auf den Neusten stand bleibt wollte ich euch unbedingt die Ausschnitte hier zeigen wie wir das da geholt haben und ja ich freue mich schon aufs nächste Mal wenn wir wieder Erfolge machen mit dem Blatt Papier und so würde ich mal sagen wird ganz lustig werden und wenn ihr es gefallen lassen würdet ihr abonniert und meinen Kanal wenn ihr Lust habt könnt ihr auf den roten Button drücken müsst aber nicht und deswegen bis zum nächsten Mal und rein Ciao ARCTV Tschüss